Wünschst du dir nicht, dass auch dein Nächster Frieden haben wird, Gerechtigkeit erfahren wird, dein Nächster, der zur Hölle fährt, dass er Frieden hat? Wünschst du dir das nicht? Dann wünsche dir das nicht nur, dann träume dich nur darüber, dass du jemanden retten könntest, sondern erbarme dich wirklich über deinen Nächsten und geh Seelen gewinnen. Matthäus 5, Vers 7, glückselig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Ja, du willst wirklich reich werden? Dann werde arm. Du willst wirklich Freude haben? Ertrage Trauer. Du willst Gerechtigkeit erfahren? Ertrage Ungerechtigkeit. Matthäus 5, Vers 7, glückselig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Schreibt mit mir Kolosser 3, Vers 12-13 auf. Kolosser 3, Vers 12-13. Wir sollten als Christen barmherzig sein. Warum? Weil Gott barmherzig ist, weil Gott uns Gnade erwiesen hat. Extrem große Gnade. Gnade, was bedeutet das? Dass wir es nicht verdient haben. Genauso sollten wir auch anderen mit Barmherzigkeit, mit Gnade entgegenkommen, die sie nicht verdient haben. Weil wir alle Sünder sind. Kolosser 3, Vers 12-13. Fällt dir auf, dass es ein ziemlich hoher Standard ist? Ich meine, wie viele Sünden hat Gott mir vergeben? Alle meine Sünden, oder? Er hat alle meine Sünden vergeben und vergessen. An ihre Gesetzlosigkeiten will ich nicht mehr denken, sagt die Bibel. Gott denkt noch nicht mal mehr, um uns zu Sünden. Das ist die Haltung, die wir haben sollten. Das heißt, wenn jemand gegen dich sündigt, ein Bruder, du solltest ihm alles vergeben. Aber was ist, wenn er siebenmal gegen mich sündigt? Aber was sagt Jesus dazu? Auch wenn er siebzigmal siebenmal gegen dich sündigt, sollst du ihn vergeben. Das ist ein ziemlich hoher Standard und wir werden natürlich niemals wirklich diesen Standard erreichen. Ja, habe ich gesagt. Und ich meine, ich kann mich hier nicht wirklich bei diesem Thema als was für ein Vorbild hinstellen. Denn das ist schwierig, Menschen einfach zu vergeben, richtig? Ich meine, seien wir ehrlich zu uns selbst. Das ist schwierig, wirklich einfach hundertprozentig Barmherzigkeit zu haben. Einfach alles zu vergeben. Und manchmal musst du Menschen vergeben, die dich vielleicht nicht um Vergebung gebeten haben. Ja, und ich spreche jetzt besonders von Brüdern. Gleich wie Christus euch vergeben hat, so auch ihr. Ja, du solltest deinem Bruder alles vergeben. Und hier ist aber das Problem an der Sache, dann gibt es diese weichgewaschenen Christen heutzutage, für die einfach nur alles Vergebung ist und alles Liebe und alles andere in der Bibel missachten und die dann Ungläubigen erzählen, dass sie ihren Vergewaltiger vergeben müssen. Irgendwie ihren pädophilen Vergewaltiger müssen sie vergeben. Oder sie müssen, was weiß ich, irgendeinem Serienmörder vergeben. So schwachsinnige Beispiele bringen, wo dann Artisten sich denken, an diesen Gott will ich nicht glauben. Das ist ungerecht. Und sie haben recht, das wäre ungerecht. Was Christen wirklich lehren sollten, ist die Verwerfungslehre. Was Christen wirklich lehren sollten, ist, hey, dieser pädophile Vergewaltiger, der fährt zur Hölle. Der hat keine Chance mehr, gerettet zu werden. Gott vergibt ihm nicht. Aber was sagt die Bibel hier in Kolosser 3, Vers 12, Vers 13? Gleich wie Christus euch vergeben hat, so auch ihr. Also es geht hier hauptsächlich um Brüder natürlich. Denn wem hat Christus alles vergeben? Christen. So auch ihr. So sollten auch wir vergeben. Das heißt nicht, dass wir Ungläubigen gar nicht vergeben sollten, logischerweise. Jetzt bitte nicht falsch verstehen. Aber ich wollte das erwähnen eben, weil ich nicht will, dass Leute das in den falschen Hals bekommen. Und irgendwie denken, ach, als Christ, da müsste ich jedem Serienmörder und Psychopathen müsste ich alles vergeben. Nein. Gott hat sich eine besondere Strafe in der Hölle für diese Leute ausgedacht. Und Gott wird für Rache sorgen, für Genugtuung sorgen. Ja. Aber besonders, wenn es um Brüder geht, wenn wir jetzt einfach von normalen Menschen sprechen, Menschen, du solltest vergeben, du solltest alles vergeben, was dein Nächster dir antut. Und ich spreche jetzt, wie gesagt, eben nicht von irgendwelchen Ausnahmen, von irgendwelchen kranken Psychopathen oder so, sondern ich spreche von dem Normalfall. Okay. Auch wenn deine ungläubigen Eltern vielleicht dir irgendwas antun sozusagen, ja, dich irgendwie beleidigen, ja, sie haben vielleicht etwas dagegen, dass du Christ bist, dass du Jesus zu 100% dienst mit deinem Leben. Dass du eben so viel Zeit in der Kirche verbringst. Und sie beleidigen dich halt irgendwie. Dann heißt sowas, dann vergib das doch. Ich meine, sollten wir als Christen nicht ein Vorbild sein in Vergebung, in Nächstenliebe? Ist das nicht ein großes Thema in der Bibel? Ich meine, das ist nicht alles in der Bibel. Aber das ist ein großes Thema, nicht wahr? Ich meine, sagt die Bibel nicht, sagt nicht Jesus Christus selbst, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Denken. Und das ist das erste und größte Gebote. Und das zweite sind vergleichbar. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen zwei Geboten hängen das ganze Gesetz und die Propheten. Worin wird das ganze Gesetz zusammengefasst? In Nächstenliebe. Ist das nicht das, was uns wirklich auszeichnen sollte als Christen? Wir sollten anderen nicht nur brüdern, sondern auch Ungläubigen Nächstenliebe entgegenbringen, Vergebung entgegenbringen, Langmut entgegenbringen, Sanftmut. Ja, wie es ja heißt, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Langmut. Aber besonders unseren Brüdern sollten wir vergeben, egal wie oft sie gegen uns sündigen. Das ist natürlich das Wichtigste, dass wir mit den Brüdern Frieden haben. Und was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Siehst du, wenn wir unbarmherzig sind und alles nachtragen, Gott wird unbarmherzig sein. Du kannst nicht einfach darauf zählen, dass Gott dir barmherzig sein wird, wenn du nicht barmherzig bist. Glückselig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Wird jeder Barmherzigkeit erlangen? Nein, nicht jeder Christ. Manche Christen werden hart bestraft und werden keine Barmherzigkeit von Gott erlangen, weil sie unbarmherzig waren. Und das wolltest du dir hinter die Ohren schreiben. Du willst, dass Gott dir gnädig ist? Du willst, dass Gott dir deine Sünden vergibt? Du willst weiter in Jesus Christus dienen? Wie wäre es, wenn du anfängst, barmherzig zu sein? Ich meine, Gott hat buchstäblich deinen Atem in der Hand. Gott hat dein Leben in der Hand. Gott kann einfach so machen und du machst... Und du stirbst. Gott kann schnipsen und du bist tot. Ich meine, natürlich ist das extrem, was ich jetzt beschreibe. Aber Gott kann das tun, nicht wahr? Ich hoffe nicht, dass es jemandem von euch passiert. Wir sollten barmherzig sein. Wenn du willst, dass Gott dir vergibt, vergib lieber anderen. Das ist ein biblisches Prinzip. Das wird oftmals in der Bibel gelehrt. Wir finden das dann auch in Matthäus Kapitel 6. Lass mich das schnell aufschlagen. In Vers 12. Und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir vergeben unseren Schuldnern. Oder ich meine Vers 14. Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euer himmlischer Vater euch auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen ihre Verfehlungen nicht vergebt, so wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Schreibt dir das hinter die Augen. Aber wir sollten uns auch erbarmen über Ungläubige im Sinne von Seelen gewinnen. Das ist die beste Art und Weise, wie wir Ungläubigen Barmherzigkeit, Gnade entgegenbringen können. Nächstenliebe. Judas Vers 22-23 sagt, Und erbarmt euch über die einen, wobei ihr unterscheiden sollt, andere aber rettet mit Furcht, indem ihr sie aus dem Feuer reißt, wobei ihr auch das vom Fleisch befleckte Gewand hassen sollt. Also über die einen, sagt die Bibel, sollen wir uns erbarmen. Wir sollen ihnen viel Gnade entgegenbringen. Sie reagieren vielleicht eher auf die Liebe Gottes und wir werden sie dadurch gewinnen für Christus. Anderen müssen wir eher die Furcht Gottes zeigen. Und das ist natürlich jetzt eine sekundäre Anwendung, die ich hier bringe von dem Vers von Matthäus 5, Vers 7. Glückselig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Die primäre, hauptsächliche Anwendung wäre natürlich, hey, wir sollten barmherzig sein, wenn wir wollen, dass Gott uns barmherzig ist. Aber sekundäre Anwendung wäre durchaus Seelengewinn. Wir wollen barmherzig sein den Ungläubigen gegenüber, den Verlorenen gegenüber. Hey, wir wollen sie lieben. Willst du nicht, dass der Nächster gerettet wird? Wir sollten ihnen Barmherzigkeit entgegenbringen. Aber durchaus andere brauchen eher die Furcht Gottes. Und was wir ihnen eher predigen sollten, ist nicht unbedingt die Liebe Gottes, sondern eher Gottes Furcht, dass sie zur Hölle fahren werden. Und gerade viele Männer betrifft das, denke ich. Ich meine, als Männer haben wir nicht unbedingt so ein großes Bedürfnis an Liebe. Natürlich hat jeder ein Bedürfnis an Liebe, aber als Mann hat man typischerweise kein so großes Bedürfnis an Liebe. Und wir würden meistens eher auf Gottes Furcht reagieren. Und ganz ehrlich, der Grund, warum ich gerettet wurde, ist, weil ich Angst vor der Hölle hatte. Ich wollte einfach nicht zur Hölle fahren. Ich hatte Schiss davor. Und das ist ein guter Grund, gerettet zu werden. Ich meine, die Bibel sagt, andere aber rettet sie mit Furcht, indem ihr sie aus dem Feuer reißt, wobei auch das vom Fleisch befleckte Gewand hassen sollt. Also, du willst, dass Menschen dir einfach vergeben und vergessen, vergib anderen, ohne dass sie dich darum bitten. Das musst du auch manchmal machen. Und ich meine, wir wollen doch ein reines Herz haben. Wir wollen doch im Reinen sein mit den Brüdern und nicht andauernd ein bedrücktes Herz haben, dass wir uns selbst damit fertig machen, was andere uns angetan haben in der Kirche. Lass es doch einfach gehen. Lass es doch einfach sein. Und sei doch einfach trotzdem freundlich zu deinen Brüdern. Model Nummer 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 Nummer. deaths...